Hi Leute, was geht nach der Folge wieder ab? Also, mal bei Rocket League starte ich mal wieder vor einem Monat oder einer Woche an. Ich bin nicht der Beste. Also, wenn ihr Maxi-Fall kennt, ich gucke ihn gerne. Also, wenn ihr jetzt mein Video guckt, Maxi-Fall oder Paluten. Viele, die ich gerne mag, natürlich abonniere ich die, die sind, also ich abonniere gerne. Ich abonniere sie auch. Warum soll ich nicht jetzt öffnen? Drücke ich immer, gute YouTuber immer abonnieren. Ich habe dort leider nicht den Bildpass, aber finde ich jetzt auch nicht wichtig. Was soll ich denn nehmen? Also, ich nehme mal hier in der Mitte, okay? Wenn noch Schlechtes kommt, dann, okay, ich sage, ich... Was habe ich doch zum Millionen Mal gekriegt? Ja, liken und abonnieren, nicht vergessen. Genau. So. In drei Tagen und drei Stunden zwei XP. Okay. Okay. Auf Spielen gehe ich uns. Also, ich sage jetzt nur eins, weil ich... habe viele YouTuber, die ich kenne, zum Beispiel, also ich abonniere viele. Einmal Roman, Lars, Easy, Maxi-Fall. Also liken tue ich viele Videos, aber ich kann nicht immer alle gucken. Ich muss... Ich habe keine Ahnung, ich sage... Ach, scheiße, ich bin denn... Leute, was habe ich gerade da getan? Ich habe gerade geholfen, eine... Ich habe gerade geholfen, eine Vorlage. Ich habe nur Vorlage geholfen. Perfektes Deutsch, ne? Ich sage so, ich habe geholfen Vorlage. Ja, ist witzig. Kann ich hier nochmal gleich in die erste gehen? Nein, nein, nein. Ich präge nicht ab. Junge, es ist die dritte Minute fast. Und du prägest fast ab. Und es steht nur eins, eins, du. Sorry, ich habe nichts gesehen. Ich habe geredet. Ehe. Ah, Mann. Junge, ich vergesse meine Stärkung. Ich bin wirklich der schlechteste Spieler fast hier. Ah, ich bin der schlechteste. Ach, Mann, aber... Ja, aber dafür habe ich... Charakter, Autos... He, 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 Aua. Ich mache mich stumm. Ich denke, die könnten mich hören. Aber, hä, hä? Nee, die können mich nur mit Kopfhörern hören. Kopfhörern! Mann! Es ist Freitag. Nee, hä? Hä? Es ist Samstag. Sorry, Leute. Du. Nein! Halt sie doch vor. Sorry, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gemacht. Ich habe ein Glas Wein getrunken. Maxify, wenn du jetzt in meiner Runde wirst... Ich wäre tot. Ich konnte gerade nicht reden. Meine Stimme war weg. Wirklich. Ich konnte nur Hallo sagen. Ha, 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 ha. Ich habe hier Angst. Also, viele YouTuber habe ich abonniert. Und liken. Geliked. Ja. Mann! Ich denke immer, X ist... die Boost oder diesen. Maxify oder Paluten? Ich gucke die. Also, Paluten. Ich denke, ich habe deine ganzen Videos... Also, wenn du jetzt guckst, natürlich... Ich habe deine ganzen Videos von Rocket League geguckt. Mit Maxify hast du auch mal gespielt. Das war wirklich witzig. Ja. Also, Paluten, wo du ja Rocket League gespielt hattest, da hattest du so ein Lamborghini, Ferrari, keine Ahnung, irgendein schnelles Auto. Wollte ich gerne immer haben. Und du hattest den... Ich denke, der war Battle Pass. Der kommt nie wieder. Und Paluten... Ich finde, dass du... eigentlich besser als du... als ich bin. Ja, stimmt wirklich. Hm, stimmt wirklich. Warum bin ich so dumm? Warum spreche ich einfach nicht? Ich bin dumm. Ich denke, der andere findet mich so... das schlechteste Spiel auf der ganzen Welt. Danke. Wenn du das jetzt sagst... Dankeschön. Nein, 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 nein. Jetzt spiele ich so... äh... Pro Master... Also, mein Freund sagt... Pro Master gibt es nicht. Gibt es das wirklich nicht? Weil es ist ein Pro und ein Master. Also, du wirst schon... Ein Hacker oder sowas ähnlich. Ist... Irgendjahr... Ja... Toll... Ja, sorry... Mach gleich kein Euro-Dingswunskarren... Ich bin nicht der Beste hier. Ja... Kann man zurue schreiben. Ups. Ich denke immer noch mit X. X ist Düsen. Kackalake, Kacka. Ich mach die Kacko. Stimmt der... Du schießt. Ich mach jetzt der beste Torwart aus der ganzen Welt. Guck mal. Genau. HALTEN! Aua. Ich denke der nicht mehr geschossen. Palutzi, du kannst das besser als ich. Oder auch einer... Der... Wie heißt das? Einer, der... Auch... Neu... Rocket League. Der ist besser als ich. Ich sag euch. Der ist besser. Einmal so Rocket League. Er trippelt alle aus. Panat. Und ich mach ein Eigentor. Guck. Ich mach doch kein Eigentor. Ich bin doch was Nützliches. Müll rauszubringen. Ne? Daran bin ich nützlich. Ich hab immer Angst um Bienen. Wenn da ne Biene ist. Ich laufe mein ganzes Leben weg. Und mein ganzes Leben. Wenn ich einfach rumstehe. Das ist vor mir ne Biene. So. Also wo ich mal klein war. War ne Biene so genau an meiner Lippe. Ich hab nix gemacht. So. Und die, die sticht mich einfach. Was ist deren Problem? Und jetzt geh ich immer brutal drauf. Ist ja fett. Für mich ist das nicht brutal, aber egal. Mann. Ich möchte ein Tor schießen. Hallo. Lass mich doch ein Tor schießen. Mallo. Warum sag ich Mallo? Ist kein Hallo. Mallo. Da fehlt ein H. Ach komm. Ja, da müsste ich nicht nix. Nach hinten fahren. Nein. Nein. Puh. Oh, ich müsste bis zur 5. Ja, reich. Du musst doch nix im Chat schreiben. Ich schreib. Ups. 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 Ach sorry. Gibt es hier. Hier. Gibt es. Ups. Ich muss mich kratzen. Maaain. Ey. Ups. Ich habe noch einen B5-Controller frei. Wollen die spielen? Da kommt jetzt zu online. Ich mache vielleicht noch ein Video. Über Rocket League. Kommt einfach nur online. Dann. Wird ihr mich schon sehen. das ihr gegen mich spielt. Und ich verkacke. Okay. Besser so. Ja. Ich muss sorry sein. Sorry. 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 Ich bin selbst ein Pupsack. Ich bin selbst ein Pupsack. Ich krieg den nicht rein. Guck mal. Ich fortsetzt. Geld hier. Guck. Pum. 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 Ich krieg nur. 3. Dollar. Wie viel. Keine Ahnung. Wie viel. Das sind. Das sind. Äh. 1000. 100. Keine Ahnung. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ich bin doch nicht der Schlechteste. Ich vorziehe an. Ich bin doch nicht der Schlechteste. Loser. Loser. Loser.